Alle Waffen! Jo. Klingt gut. Stadt hatten wir eben. Jo. Ich hab aber was anderes vor. Moment. Oha. Kann man hier überhaupt Luftangriffe machen? Jo. Achso, ne. Da grad eben nicht. Ähm. Siehst du die Map? Boah, die sieht ja geil aus. Jo. Es gibt auch so von Anfang an ein paar Kasten Maps. Die sieht ja mal richtig geil aus. So. Die hätten wir öfter nehmen müssen. Jo, Guild! Okay, nächste Box. Das tut mir irgendwie da schwierig. Jump! Jump! Wow. So viele Waffen. Er wird das aber erst später verfügbar, weil... Wäre das ne OP, wenn man ganz am Anfang Amagetton starten könnte. Oh. Ne, ich trau mich nicht mit dem Finger. Ich muss dich leider fisten. Pew, pew! Hand in Quest. Jump! Jump! Mit 3D-Map schockt. Mit 3D-Hintergrund. Oho. Der hockt da ein bisschen gefährlich, oder? Wer denn? Meiner? Ja. Ja, so zwischen Feuer, Minen, Fässern. Es gibt geileres. Wenn du das schaffst, ne? Ja. Oh mein Gott! Tja. Respekt. Das war ein richtig starker Schuss. Yo, Guild! Genau abgeschafft. Kann ich die Minen nur von unten aus lösen? Jump! Ähm... Ich glaub schon, jo. Oder wenn du hüpfst, dann vielleicht. Jump! Jump! Au! Warum gehst du denn sofort hoch? Ich hab doch gesagt, es passiert manchmal doch so. Dass die Minen kleine Zeit haben. Und dann könnte was passieren. Das war blöd. Jetzt ist das Feuer neben mir. Ahoy there! Wieso haben wir im Weltraum überhaupt Wind? So ne, das ist mein Minichisch. Wieso sammle ich das nicht ein? Du sammelst nur ein, wenn du dran bist. Ja, das ist aber unfair. Aber das wird meinen auch ein bisschen schaden. Egal. Toll. Toll. Immerhin. Aber dann, dein Wurm ist weg, du ist gut. Ach du Scheiße. Oh, was hab ich denn so? Was ist denn dem Tode geweiht? Da tust du ein Wurm markieren, der bekommt dann im nächsten Angriff doppelten Schaden. Ach du Scheiße. Dann ist aber der Zug sofort beendet, wenn du das brauchst. Das ist zum Beispiel ganz gut, wenn du... ...ein... ...irgendwohrum spielst, der noch... ...über 100 HP hat oder so. Du und deine Kanone, ey. Wow! Ich hab ja gar nichts mehr zu wissen. Oh ja. Ja wieso, deine drei stehen da doch so. Super. Oh ja. Ja wieso, deine drei stehen da doch so. Super. ... Da bin ich jetzt von der Türke versteckt und du hast auch viel Schaden genommen. Ja, leider. Nein, die Würmer stehen da gerade wirklich perfekt für einen Eindruck. Ja, deswegen haue ich jetzt ab. Armageddon wäre hier ein bisschen krass, oder? Das macht doch die ganze Map kaputt. Ja, alles weg, ja. Hatte ich auch nicht vor. Was? Ich will die auslösen. Na Leute, was geht bald? Oh oh. Wieso sieht die Kanone in echt? Hm, greif ich auch, ja. Ist die kaputt? Vielleicht habe ich sie ins Fass reingepackt und... ...können kann machen. Das wäre ja trisch für dich. Ja. Nur mit Bugs kannst du gewinnen. Oh nee. Oh oh. Oh nee, was ist das? Nein! Ich bin jetzt zum Ende. Warum benutze ich ihn auch? Alles kratzt. Alles klar. Ja, ja. Tee, tee mal durch. Ich muss mal aufpassen, meine Würmer haben gar nicht mehr so viel OP. Ich weiß. Habe ich mitbekommen, dass du ein bisschen fies warst. Hm. Hm. Jump! Verdammt. Ja, genau so. Ich stecke fest. Alles. Alles. Nee, nicht ernsthaft, oder? Jetzt stecke ich da drin. Sehr nice gemacht. Use Trinkets. Use Trinkets. Das finde ich nicht gut, nö. Oh, schön rein da ins Feuer. Oh nein, oh nein. Das... Das tut weh. Oh, und da kommt auch ein Feuerchen. Sauber. Wind, bleib so. Blas ruhig noch ein bisschen stärker. Widerlich. Nein! Die Flammen gehen noch eine Runde weg. Sauber. Nur beim Fast und so bleiben sie länger. Schade. Kann ich da... Ja, ich kann da noch. Ach, jetzt habe ich ein schönes Gefühl. Ja, hau, hau. Sollte reichen. Oh, oh. Ja. Das hätte wohl ein bisschen anders springen dürfen. Kick ihn! Das blöde ist, ich bin immer noch auf dem dritten Platz, ne? Ja. Dein Wurm hat mehr Opier als meine drei. Aber einer schlechter als drei. Yo, Guild. Lass uns auf den Ratschern. Ja. Schade. 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 Wirklich, wer soll sich das auch machen? Wir werden auch gleich wieder die Stimmen ändern. Oder ein neues Team gleich machen. Jump! Jump! Use Trinkets! Einfach mal ausprobieren. Use Trinkets! Out! Wow. Knapp. Ja. Zutaten Worms haben keine Zutaten. In die Reine-Deep. Darauf hatte ich gehofft. Die Glatz! Oh, mach Beton-Esel auf uns beide. Haben wir doch nicht. Was Besseres vor. Was? Besseres als Beton-Esel? Ach, du versteckst dich jetzt hier irgendwo, ne? Oh. Oh, das ist ja fies, ey. Wie soll ich dich auf dem Schiff finden? Äh, Flugzeug. Ich glaube, das ist ganz doof, aber... Ach ne, ich hab was Besseres vor. Sorry. Na wieso, wenn du jetzt weggehst und dich versteckst? Hab ich doch schon. Rapcon wurde dem Tode geweiht. Ja. Das heißt, die kommen jetzt doppelt auf die Fresse? Ja. Beim nächsten Angriff aber nur. Dann ist es wieder weg. Hä, ist dein anderer Wurm auch unsichtbar? Nixbar. Ja. Was? Und das Gute ist, kann ich auch an deinem Dings vorbei, an deinem Geschütz und so weiter. Ach du Kacke. Was ist für Ehrung? Ähm, da spawns eine Statue und dann bekommt jeder Wurm von deinem Team ein HP dazu. Und jeder Wurm von einem anderen Team bekommt ein HP minus. Jede Runde dann. Bis die Statue zerstört wird. Tötet die Statue auch, wenn sie runterkommt? Ne, die spawns sie vor dir. Äh. Also es ist kein Betonesel, es ist halt so eine kleine Statue. Ja, ich hatte jetzt auf Betonesel gehofft. Ja. Du bist echt... Oah. Ich glaub's nicht, ey. Ich glaub's nicht, ey. Ja. 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 Ich glaube, der Scheibe kommt nicht raus, oder? Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Ich hehehehe- Und er wird erholt. Jolé! Naja! Aber ich r Kirchen aus. Ich leg' nur meine Unchinen raus als- Küche zu verbrötlich. Oh, der Sch Golden! Ja, der macht... Doppelt so viel oliv. Eieieiei... Schönes Ende. So, unentschieden. Verlieren tue ich hier nicht. Auf keinen Fall. Aber jetzt gibt's ein Rematch. Oh mein Gott! Jetzt wird sofort gestartet.